hallöchen und herzlich willkommen zum neuen video ich zeige euch wo ihr das maruda fangen könnt maruda maruda hier auf ruchte 9 auf jeden fall beim letzten mal habe ich das ja nicht mehr gefunden hier habe ich das jetzt ja könnt ihr das sehen in der overworld kommt es man kann es eigentlich kaum übersehen das maruda aber es ist halt sehr 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 selten ungefähr eine prozent rate ja ich probiere es zu fangen und ihr seht es hier ich denke das war es schon wieder mit dem video aber dann habt ihr kurz gesehen wo es ist und ja das ist wirklich in der overworld einfach zu sehen ist okay dann würde ich sagen bis zum nächsten mal und tschüss